So Freunde, was geht? Wieder ein neues Video Fit Couple Kitchen Time Freunde, und zwar geht es heute um meine berühmten Donuts, wo auch schon 1000 Leute nachgefragt haben und die Werte sind mega, mega krass, es werden über 30 Donuts gemacht und unter 550 Kalorien hat das alles und für den Heißhunger mega nice also Leute, viel Spaß mit diesem Video Juppies Also für die Donuts braucht ihr erstmal einen Donutmaker, ganz wichtig und der muss natürlich pink sein, Leute den bekommt ihr schon bei Amazon oder irgendwo im Internet für unter 20 Euro dann brauchen wir einmal 150 Milliliter Milch fettarme Milch dann Whey wir haben jetzt Isoprotec genommen, Lemon Cake 60 Gramm 20 Gramm Dinkelvollkornmehl 2 Eier und ein bisschen Backpulver das war's schon So Freunde und jetzt wird gebacken So, zuerst das Whey in eine Tüttel dann das Mehl dann ein Läufchen ein Tüttel für Backpulver so das muss reichen dann kommen 2 Eier dazu So und dann das habe ich vorher nicht gesagt könnt ihr natürlich müsst ihr aber nicht noch Fläger da reinpacken wir nehmen jetzt Vanille mit Mandeln wo ist der Löffel wo ist der Löffel der ist noch nicht drin steck deinen Finger da rein der ist drinnen steck den Finger rein bist du ich mach jetzt einen Löffel rein und dann einfach mit dem Schneewesel vorrühren So, der Teig ist jetzt fertig und jetzt können wir anfangen mit dem Backen So, der Teig ist jetzt fertig mit dem Backen Dann nehmen wir los du Am besten nimm dir einfach so einen Löffel weil ihr müsst aufpassen dass es nicht zu voll wird So, und jetzt einfach abwarten so nach Gefühl gucken mal zwischendurch nach einer Minute wie die aussehen und die müssen so goldbraun sein und dann sind sie perfekt So, gucken wir mal Sie sehen schon gut aus aber ein ganz kleines bisschen können sie noch Die ersten Donuts sind fertig Kann man die eigentlich ganz leicht ausrehen so 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 und diese Prozedur wiederholen wir jetzt so oft bis der Teig leer ist und dann ziehen wir nochmal ganz genau die Donuts ab und dann werden euch genau die Werte gesagt, Freunde das sind richtig heftig geile Werte so und so 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 Bis zum nächsten Mal. 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 So Freunde, die leckeren Flasty Donuts sind für mich, Freunde, 35 Donuts. Das ist perfekt für den Heißhunger und natürlich wird die Shisha auch noch gleich angemacht. Und die Werte zu diesem heftigen Rezept sind 13 Gramm Fett, Carbs 24 Gramm und davon Zucker 8 Gramm und Eiweiß 70 Gramm. Wir haben hier jetzt genau 492 Kalorien nur für 35 Donuts, Digga. Und die Werte werde ich jetzt wo einblenden? Da. Da. Da, irgendwo will ich sie einblenden, Freunde. So Freunde, wir machen uns jetzt die Shisha an. Mein Lifestyle muss natürlich noch weitergehen. Und ich trage dabei noch ein bisschen Final Fantasy 10 und muss noch ein bisschen essen. Ich bin ja jetzt ein Oldske-Bolli-Beder, aber darf ich auch noch was darüber erzählen. Und ich hoffe, dieses Video hat euch eingefallen. Wir würden uns gerne über einen Daumen nach oben freuen. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Peace. Aus. Tschüss. Tschüss.